Die Diamantschmeidewerkzeuge sehen ja auch sehr speziell aus. Was haben Sie sich dabei gedacht? Ja, da unsere Produkte sowohl für den Handel als auch für den Dienstleister ausgelegt sind, spielt neben der Qualität auch das Design eine wesentliche Rolle. Und unser Leitmotiv bietet hier neben der Optik auch für die Benennung hervorragende Möglichkeiten. Blue 66, Blackjack, Diabolic, Sidewinder, sehr cool. Also da steckt schon eine Menge Kreativität hinter in der Vermarktung. Ja, vielen Dank. Das ist eben unser Leitmotiv, Road to Success. Und das bietet natürlich diese verschiedenen Möglichkeiten. Aber was zeichnet diese Werkzeuge dann aus, außer Ihr außergewöhnliches Design? Ja, diese Produkte erweitern und optimieren unser ohnehin schon großes Produktportfolio und bestechen nur Ihre Leistungsdaten. Und hier wurde speziell Wert gelegt auf die Produktverbesserung zu attraktiven Preisen, um auch unsere Profikunden noch besser zu bedienen. Ja, und ich kann die ja nicht nur in Ihre Fugenschneider einsetzen, sondern die funktionieren ja auch für andere Geräte, oder? Andere Geräte, für eine Flex, für eine Tischsäge, für viele, viele andere Geräte können Sie diese Werkzeuge auch verwenden, ja. Ja, das werde ich mir überlegen, weil so eine schicke Scheibe in meiner Flex macht sich gerne auch. Bitte können Sie gerne bei uns kaufen oder über die Lande beziehen. Alles klar.